Ey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute wird es richtig krass, denn wir werden uns heute alle abkürzen bzw. alle Weltrekorde in StumbleGuys anschauen, Leute. Sehr, 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 schreibt mir gleich auf jeden Fall alle unten in die Kommentare, welche Abkürzungen habt ihr schon genommen oder welchen Rekord kanntet ihr schon und was war eure schnellste Runde, Leute. Ganz wichtig, und wenn ihr Video-Vorschläge habt, Leute, schreibt sie mir alle unten in die Kommentare, ihr kriegt allen Herz. Jeder von euch, der einen Kommentar schreibt, versprochen, Leute, deswegen schreibt einen Kommentar. Und ja Leute, ich würde sagen, let's go, wir kochen Schlange, sondern wir gehen rein ins Game. Und ja, hier haben wir das Video, let's go, das schauen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an, let's go. Der startet die Runde, ja. Lol, hä, bin ich nicht da rübergekommen? Oh mein Gott, wie geht so was? Digga. Oh mein Gott. Hä, wie hat der das so schnell gemacht? Niemals. Digga, unnormal, krass. Krass, schau mal weiter, Leute, 13,55 Sekunden, ultra schnell. Let's go, was kommt jetzt? Hä, wie macht ihr das? Digga, als ob er genau weiß, wo man langlaufen muss. Das ist ja ultra krass. Hä, das ist doch eigentlich voll selten so, dass man sowas schafft, oder? Das ist bestimmt ein Hack gewesen, Leute. Schreibt mir gerne in die Kommentare, meinten ihr das ein Hack? Ja oder nein, schreibt jetzt rein. Ich würde sagen, let's go, wir schauen mal weiter. Digga, das sind jetzt sieben Sekunden, oder so. Ja, das ist ja voll unlogisch. Digga. Bruder, die Runde war so schnell. Was macht er jetzt? Die Runde startet. Digga, als ob. Digga. 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 Oh mein Gott. Wie schnell der ist. Digga, wie macht er das? Ich wäre schon dreimal gestorben. Das ist ja ultra schnell auch schon wieder gewesen, Digga. Jetzt ist, äh, komm, jetzt sliden. Lol. Oh mein Gott. Ich bin mal gespannt, welche Abkürzungen nehmen. Digga, der lässt ja die halbe Map aus. Oh mein Gott. Bruder, ist da schnell. Junge. Hä, wird, der glitscht unter die Map. Digga, das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Das ist doch nicht gewollt von denen, oder? Digga, das war viel zu schnell. Schreibt mir gerne unten in den Kommentaren. Schafft ihr das auch so schnell? So, was kommt jetzt? Jetzt, ich bin mal gespannt. Junge, bei der Map, da wäre ich, Digga, da wäre ich jetzt schon, schon dreimal, äh, dagegen geknallt. Lol, den Boost-Schuh. Den hätte ich auch gerne. Ich hab den, ich hab den. Habt ihr den? Hey, Leute, der läuft da oben drauf lang. Digga. Das ist ja ultra krass. Bruder, wie schnell der ist. Was kommt jetzt? Lol, Lava. Oh mein Gott. Hä? Lol, der, das ist, der macht ja gar nicht mehr richtig. Der läuft ja da irgendwo. Hä? Ich verstehe gar nichts mehr, Leute. Checkt ihr da, schreibt mir gerne in den Kommentaren und checkt ihr das Original-Video ab. Werde ich euch hier oben verlinken. Digga, wie hat er das denn gemacht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lol. Da verkack ich immer. Oh mein Gott. Lol, wie hat er es mit der Farbrille macht? Hä? Wie ging das denn jetzt? Ich verstehe gar nichts mehr. Digga. Hä? Das muss ich mir nochmal anschauen. Das ist doch ein Hack gewesen gerade. Das ging doch nicht mit rechten Dingen zu. Wie hat er das da gemacht? Wir gucken nochmal. Hä? Der geht einfach rechts dran vorbei. Bruder, der ist, der ist ja Jusim Bull persönlich. Richtig. Digga. Als, guck mal, auch hier, als ob er das prediktet hat. Guck mal hier, er wusste das, wo der gleich hochkommt. Da, er springt schon, obwohl er noch nicht mal gesehen hat. Junge, das ist doch nicht normal. 37 Sekunden. Soll die Runde gehen. Digga, der fliegt einfach. Das ist doch nicht normal. Als, ob das so geht. Guck dir das mal an. Das ist doch nicht normal. Der Boost, der fliegt einfach. Ich meine, man kann ja bis noch aber doch nicht so. Hä? Digga, ich verstehe gar nichts mehr. Das muss ich mir nochmal angucken. Das war ja... Junge, 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 Leute. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Digga, Digga. War sehr, sehr nice, Leute. Ich hoffe, dieses Video hat euch trotzdem gefallen. Lasst einen fetten Daumen nach oben da. Kostenlos Abo. Schreibt mir gerne unten ein Video, den unten in die Kommentare. Wenn ihr wollt, dass ich nochmal auf sowas reagiere. Aber, Junge, das war ja geistkrank. Schreibt mal gerne rein. Seid ihr so schnell, ja oder nein? Und wenn ihr andere Games wollt und reinsteigt, denkt dran, Leute. Ihr kriegt ein Herz von mir, alle in den Kommentar schreibt. Dankeschön, Leute. Ciao, guys. Ciao, ciao.